Hier kommt jetzt ein Trichter drauf und dieser Trichter bekommt von diesem Ömmel hier so und dieser Ömmel bekommt ach man alter ich mache es immer immer wieder falsch bin immer wieder zu gierig immer wieder zu voreilig also ok und Und Hä? Nee, geh weg, Mann! Mmh, arg. Arg. Ähm, also, erstmal hier. Mhm, okay. Und Nee, hier kommt dann erstmal so einer hin. Und an den kommt dann hier so ein Ömmel ran. So, dann kommt hier. Da kommt dann der Ömmel rein, der mir hier runtergefallen ist. Beziehungsweise hier runter in den gelümmelt ist. Hier können wir jetzt, glaube ich, schon mal durch eine Kiste ersetzen. So, hier haben wir jetzt den Lümmelpeter, der jetzt hier hinkommt. Aber erstmal noch nicht, weil erstmal hier und hier. So, da oben drüber kommen jetzt hier so zwei Lümmelpeter hin. Wobei mich da mal interessieren würde. Wobei ich glaube nicht, dass das so funktionieren kann. Weil wir brauchen nämlich, warte mal, ich muss das anders machen. Ähm, ich muss erstmal so. Dann brauche ich die eine Kiste von hier draußen. Und dann ist hier die andere Kiste. Äh, das kommt mal eben weg. Genau. So. Dann kommt das hier weg. Da kommt dieser Lümmelpeter hier hin. So, alter Falter. Ah, die gehen jetzt nicht auf, weil da oben drüber. Ja, ich merke schon, ich merke schon. Ähm. Eieieiei, es tut so weh. Also, wir können jetzt natürlich hier die Dinger hier noch eben rauskloppen. Und dann können wir die jetzt hier öffnen. Und dann packen wir mal hier ein bisschen was rein. Einfach mal nur so zum Testarino. Auch hier ist genau andersrum. Zur Seite kommen die Sachen rein, die verfeuert werden. Und von der Seite kommen die Sachen rein, die verfeuert werden sollen. Und von der Seite kommen die Sachen rein, die verfeuert werden sollen. Okay. Also, das heißt, wir hätten theoretisch hier eigentlich die ganze Zeit schön Holzkohle in dieser Kiste. Damit, ähm, ja, wir da einfach schön knallern können. Also, das heißt, wir haben jetzt hier hoffentlich ein funktionierendes System, wo unten ein paar tolle Sachen bei rauskommen. Naja, nur alles halt ein bisschen umständlich. Aber, naja, so ist es halt. Was macht man denn alles? Was macht man denn alles? Ähm, da wir jetzt eigentlich genug Zeug davon haben, von dem Holz. Ich liebe diese Tröte, Alter. Ernsthaft, ich liebe die Tröte aus diesen Songs. So, und wir knallern hier einfach mal ein bisschen von dem Holz hier rein. Wir haben so viel davon. Vor allem von dem Schwarz-Eichen-Holz. So, okay, da kommt jetzt Holzkohle raus. Passt. Das heißt, wir können oben in die linke Kiste. Warte mal. Wir haben doch hier auch Schilder. Das will ich mal eben. Ups. Jetzt habe ich die entrindet. Oh, ne, ne? Äh, warum habe ich die jetzt entrindet, Mann? Na, kannst du keinem erzählen, Mann? Einfach irgendwo blöd hingeklickt. Zack, bumm. Dings entrindet. Ah, okay. Ah, okay. Und. gehen jetzt erst mal eben rüber möchte gerade schauen ob wir noch irgendwas gerade da haben was wir noch verarbeiten wollen ob sie die jahren haben hier kürbis haben wir einige ja wir können das habe ich ein paar steaks wir könnten man noch mal ein paar bürger machen lassen wir aber eben erst ins bettchen hüpfen mit unserem steak in der hand und gleich mal vorne noch mal das feld abarbeiten und mit dem daraus resultierenden weizen die rinder also die kür füttern rinder ist vielleicht ein bisschen zu hartes wort für meine schnuckis na wie geht es schön 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 natürlich die schon wieder alle voll aber ja auch die 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 felder schön alle durch und fertig sehr gut gefällt mir da würde ich auch gerne mal noch eine kleine maschine bauen die uns alles so ein bisschen abnimmt das ernten ich denke da tatsächlich an so eine kleine maschine die sie vielleicht auch einen einen werter herr kräger und zusammen gebastelt hat aber nicht so groß so viel weizen brauche ich gar nicht ich will mal kurz was ausprobieren wenn ich mir hier so einen weizen nehme und das hier rein werfe fressen die das ne das bleibt da liegen schade es wäre auch zu einfach gewesen so wir stupfeln immer eben kurz durch und beglücken alle okay ich glaube das war's so jetzt kommt noch eher schafis dran da muss ja noch ein bisschen gezielter gucken dass wir vielleicht mal ein paar hellere schafe für hellere wolle kriegen hört sich blöd an aber wenn ich hier nur dann kriege ich hier nur bunte wolle bei raus ich möchte gerne weiße wolle haben ich glaube dafür brauche ich weiße schafe nicht so ein misch marschieren ich bin froh dass ich so so eine eine diverse anzahl an schafen habe und jede jede wohl farbe vertreten ist aber tja komm jetzt mal weg hier ich will hier raus jetzt wenn mir einer nachkommt der stirbt sofort nur dass ihr das wisst so ich gehe mal eben rein ich muss meine taschen mehr leer machen muss mich besser auch auf das hier vorbereiten so die kommen hier wieder alle rein ne nicht oh nein scheiße tja ich glaube das funktioniert nicht ne dann kommt hier rein spinnenfäden auch redstone fackel bräuchte dann auch erst mal nicht zuckerrohr aber so und die paar schnötungen hier rein da toll war drüben auch mit rein schmeißen können das tun wir hier rein schmeißen wie ich da packen wir tatsächlich mal hierüber die kürbisse können wir hier reinstecken sehr gut bruchstein kommt hier rein stein hier auf und ja dann mal wieder raus aus feld und sagt mal eben abarbeiten oder spielern kürbis gewachsen krass die wachsen echt schnell wir waren ja früher mal sehr selten die kürbisse und jetzt sind die haben neuerdings nicht mehr ganz so selten ich wusste gar nicht dass sie trotzdem so schnell wachsen die wachsen ja doch schon sehr schnell hier vielleicht geht es ihnen einfach nur gut ok das weiß nicht verschwindet schon ein bisschen beeilen da ist schon weg hier wahrscheinlich wenn ich es nicht eingesammelt habe dann ist schon weg so 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 so